Ähm... Nicht viel zu tun, daß nicht. Eine Art Läutern, die mit dreckigen Schäden und Tafelklotten veröffentlicht wurde. So ein schrecklicher Mann. Ich glaube, ein Kastel zu helfen ist ein bisschen stressvoll, oder? Was ist mit den ganzen Bildern? Wo sind die alle hin? Hat bestimmt die Königin abgerutscht? Du wieder. Ich hoffe, dass du mir jetzt das richtige Attire hast. Do you happen to know anything about Janneke's disappearance? No, no, no. Um, are you okay? Do you need some water or something? You are the one in need, in need of some restraint. But no, I know nothing. And you should be smart and stop asking about her from now on. Oh, oh. She's trying to make everyone forget Janneke? Indeed. But how could we ever such grace, such kindness gone too soon? Oh, die ist noch gar nicht gone. Ach, guck mal hier, Gemälde. Where have all the paintings gone? It looks like there used to be a bunch in here, but now there's none. It was by order of the new queen to be. If you must know, they were taken and locked away. It was all a part of an effort to come to terms with the tragic departure of her highness. It seems more like she wants to replace her completely. What's she got against Janneke anyway? Huff, scuff. You'll have us both detained at this rate. My goodness, in any case, who could ever replace our beloved queen? Impossible. Hm, natürlich. Hohoho, ja. Na gut, wegen Blumenmädchenkram wissen wir noch. Ich besorg nochmal. Okay. I better go get my flower girl stuff then, huh? Post haste girl. Enough of this nonsensical dilly dallying. There's a wedding to be held. Jawohl, Pete. Eigentlich sofort, Pete. So, wir gehen erstmal nach draußen zum Schloss. Ne, in den Keller waren wir auch noch nicht. Ach, doch. Ja, da waren wir offenbar schon. Ja, gut. Dann gehen wir schon wieder raus. So, dann vielleicht mal zum Schloss Eingang. Huh? Was ist das? Was ist das hier? Was ist das hier? Ist das ein... Swan? Oh, warte. Es ist... ein Mann? Land ahoy! Land ahoy! Land ahoy! It's a man. Riding a swan? Greetings, fair maiden. Uh, hello? I, the great Swan Prince, have arrived. I have traveled far in my search, experienced numerous hardships. Oh, that's like me. I've been to... Hush now! Fear not, for I am fine. I have survived. My beauty intact. And I feel my quest is near its end. Uh... Oh, sweet turtle dove. From whence do you travel? From what manner of royalty doth your name... Um... You know... What riches doth your name inherit from your parents upon our betrothal? Betrothal? Huh? Huh? I feel very confused right now. Oh... Hold on. Um... I do say... I am flattered you have come to welcome me in, truly. But... Aren't you a little young for marriage? Marriage? I don't want to marry anyone. I don't want to marry anyone. Oh! Well... Uh... Just so you know... Waiting upon a prince's arrival... Very misleading. Never fear! The one destined for the Swan Prince's hand remains within. A glass ticket to my coin purse. Oops! I mean... To my heart. I didn't say coin purse. And this time... You shall not run from me. For I have really good sword skills now. Bound to a maze and enthrall. Uh... Glass ticket? In the shape of a slipper. A glass slipper! You get it? It's like... It's a metaphor. The ticket I mean. Not the coin purse. Ähm... Äh... Ja, der Schwan... Also ja, ja, ich bin... Ich bin selber auch ganz verzaubert. Ja, also... Bin grade verwirrt einfach. Ich bin verwirrt. Äh... Ja. Traum... Der Traum jeder... Jeder Frau ist heute schwierig. Ähm... Der Traum jeder dieses... Undefinierten Geschlechts... Sich hingezogen fühlende Entität. So. Hab ich jetzt hoffentlich richtig formuliert. Auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich... Äh... Glasschu... Ich würde mich gerne von deiner Schwertkunst erstaunt und verzaubern. Ja, klar! Ja! So solle er zeigen, wie er sein Schwertelein schwingt. I would like to be amazed and enthralled at sword skills. Oh... Well... It's kind of a lady impressing thing, really. Oh, please! Please amaze and enthrall me! Oh, alright! You've twisted this princess arm! On guard! That is what I say to... You know... Whoever... The foe, the bad guy person... And then... Come on! Help me out with a bit of story or motivation or some such! Mhm... Dann greifen sie sich plötzlich an. Du hast schon gewonnen. Okay... Und dann... Greifen sie dich plötzlich an! Then... They attack you suddenly! Aha! Then I do this! A lightning fast parry! Nothing touches me! Eine blitzartige Parade! Oh! Eine Lücke in der Deckung! Das ist deine Chance! They have their guard down! Now's your chance! Aha! Then I do this! Woosh! Like a tiger! No! Wait! A swan? Well, I got him! That's all that matters! Mhm, 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 mhm... Äh... Und dann... Greifen sie dich plötzlich an! Then... They attack you suddenly! Aha! Then I do this! A lightning fast parry! Okay, und, äh... Du hast schon gewonnen! Ich mach jetzt mal den hier, warte mal! They have their guard down! Aha! Then I do this! Woosh! Okay, ja! Du hast ihn erwischt! But you won already! You got him! Well, then I must do this! And I hold... For applause! And things to be thrown! Like flowers and whatnot! Aha, aha... Oh, aber er trifft deine Schwerthand! Oh, but he... He strikes your sword hand! Aha! Then I... Wait... He what? Uhm... Well, then I must do this! Oh, das ist linke Hand, okay... Und dann greift er dich plötzlich an! Then... They attack you suddenly! Aha! Then I do this! A lightning fast parry! Nothing touches me! Okay... Ah, also... Wir müssen irgendwas hinkriegen! Ich weiß aber noch nicht genau was! Eine Lücke in der Deckung! Oder? Oder jetzt die Schwerthand jetzt vielleicht nochmal! Da unten kann er nicht aufheben, oder? Ich teste mal! Oh, but he... He strikes your sword hand! Aha! Then I... Wait... He what? Uhm... Well, then I must do this! Okay... Warte, warte... Du hast schon gewonnen! Warte mal! Ich mach nochmal den hier! Well, then I... And I hold! So... Und jetzt... Oh, but he... He strikes your sword hand! Well, then I'm... Okay, und jetzt? But you've won already! Well, then I must do this! And I hold! For applause! And thi... Okay, und jetzt? Und jetzt? Oh, but he... He strikes your sword hand! Aha! Then I... Well, then I'm... Das war nicht richtig, ne? Okay, pass mal! Ich probier nochmal! But you... Well... And I hold! So, und dann trifft er die Schwerthand! Oh, but... Aha! Well, then I... So, und jetzt? Äh... Die Schwerthand, das war genug! Und dann greift er dich plötzlich an! Ich probier das mal gerade! Then... They attack you suddenly! Aha! Then I do this! A lightning fast parry! Nothing! Mhm, 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 mhm... Ich weiß noch nicht genau, was wir bei ihm machen müssen. Ich glaube, er muss irgendwie den Säbel fallen lassen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er muss irgendwie... Haaa... Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Muss er ihn oben halten? In der Mitte? Oder unten? Oben nicht. Unten... Wäre das hier. Und das hat auch nicht funktioniert, ne? Aber ich probier mal das hier mal gucken. Aber du hast schon gewonnen! Du hast ihn gewonnen! Well, dann muss ich das machen! Ähm... 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 Und... Ich beworbe das! Oh! Oh! Also... Auch wenn es nicht wirklich was er wollte... Das hat mich sehr schockert! Gigi! Haaa... Gigi! 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 Vi haben den ersten Glasschuh! Aha! Ich kann damit machen! Ja... Dann nimm mal! Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Der Schwan. Ich wusste, dass etwas wunderschönes an diesem Schwan war. Wie es aussehen war, war das wirklich für das Beste. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe meine Glück mit sparschende, mechanischen Dingen gesammelt. Ja, ich glaube auch. Da haben wir schon genug Erfahrung gesammelt. Ich gehe mal hier in den Garten. Eine Mauer, da oben. Der Baum. Baum, Rüttel, Schüttel, Schmüttel. Der größte Baum hier, muss der Hauptattraktionen sein. Und, ähm, auch zu einem Baum-Spirit. Wahrscheinlich auch. Okay, wir reden mal mit dir. Ich glaube, wenn es für Cindy funktioniert... Ahem! Schmerz und Schmerz. Mein kleiner Baum. Schmerz und Gold, die mich auf mich geraten. Aber nur, wenn das mit dir okay ist, Frau... Baum-Spirit? Hm. Ich dachte, es war ein bisschen... wunderschön. Oh, wow! Hallo da! Wunderschön. Wenn du nicht den Dress hast, dass es okay ist. Ich dachte, das war, ich würde es. Oh, danke so viel! Danke, miss... ... ... ... ... ... ... Oh, hold on. Das Dress ist zu großartig für mich. Das ist mehr wie Cafas. Miss... ... ... ... ... ... ... ... Bei einer Chance, hast du da noch einen in einer Kinder-Size? Vielleicht? Hm, ich glaube, das ist ein Nein. Diese sind lustig. Es ist eine wunderschöne Schraube, mit pfeife Schrauben und einem großen Goldbruch und alles. Es ist viel zu groß. Das größte Schraube hier ist... Eine Schraube in einer von den Kasteln viele, viele... Window, 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 Window. Ah, ja, das sollte den Trick machen. Jetzt, wenn ich richtig bin, und das ist das Window, das mit dem schraubenden Schraubraum verbunden ist, dann ist etwas wichtiges, etwas, das Frieda geblieben will, direkt in der Mitte. Okay, lass uns einen Blick nehmen. Falls ihr euch erinnert, das Lager, wo niemand das niemand betreten soll, außer der Königin. Ja, ja, das sieht genau so aus. Augen, Haar, Kinn... Gut, gut. Hm. Schrauben diese wunderschöne Leute. Zumindest ist es jetzt nicht lang. Wenn nur diese verdammten Räume nicht so lange mit ihren pithischen Präparations... Ah! Ben! Eek! Hm. Was das? Uh... Ben Eek. Ben Eek. Benny. That's... That's my name, kind of. And... Don't you forget it, Winnie. Yes, right. Correct me if I'm wrong, then. But did I not tell you to speak when and only when you had something to tell me about your mother? I promise you, I don't remember anything. I don't know anything about her protection spell. I promise! Cross my heart! If... If I could, that is. Aha. You'll remember long enough in here and you will tell me. Very well. Time for me to... mingle with the rabble. Mm-hmm. Oh, this is bad. This is very bad. Oh! Anna! Anna, are you there? Ben! I don't believe it. I had no idea where they took you. I was so worried when you weren't in the dungeon with me. I thought... I thought... Oh, I'm fine. When Frida had me taken straight here from Bundahorn. Ever since, I've just been, um, hanging around. But you... You escaped a dungeon? I sure did. But enough of that. Let me get you out... Um... Yes. Like I was saying. Time to get you out, Ben. Mm-mm. 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 Jeez. Hush. Settle down, owl. Oh, Anna. When Frida... She can hear the owl. Quick. You have to leave. Hurry. Ah! That darn owl. Huhf. Well, it's really good to see Ben again. I'm so glad he's okay. And what was that about? Bens mother? Very peculiar. Well, regardless, I have to help him. Which means... I have to do something about that owl. Ja, wir haben grad ein paar Bilderchen gesehen, ne? Also, ihr habt euch bestimmt auch ein bisschen umgeguckt. Das Bild natürlich von der Königin mit ihren Kindern. Und aber auch am Spiegel... Am Spiegel hing das fehlende Teil für das Porträt. War klein zu sehen. Bestimmt, Ben. So, okay. Ähm... Wir haben jetzt ein Schuh. Ein zu großes Kleid. Ich geh mal ganz kurz... zur Näherin. So, äh... Cindy, ich hab ne Frage. Du hast keine Zeit dafür, ne? Äh... 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 Ähm... Sorry, dass du dich beschäftigen, Cindy. Not at all, Anna. Was kann ich dir helfen? Achso, ja, cool. I better get going. Thanks, Cindy. No trouble at all. See you around, Anna. Das hat nicht so gut geklappt. Hier gibt's noch Kohle. Kann ich hier vielleicht so... Äh... Nein. Hier war's ja gar nix. Irgendwie fehlen hier... So, also jetzt im letzten Kapitel. Scheint es so, als würden viele Sachen irgendwie noch fehlen. Ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann nicht vielleicht, äh... Ob die Zeit oder vielleicht das Geld bei der Produktion dann ausgegangen ist, eventuell. Nähkästchen. Aha. Darf ich? Ähm... Cindy? May I please borrow just a little bit of yarn? Such for light manners. Of course you can, Anna. Be my guest. So lieb? Okay, wir haben... grünen... Garn. So nice and soft and pleasant to the touch. Mhm, das hier geht natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber hier vielleicht... Okay, Ballons, Plakat, Ofen. Der Druck auf dem Ofen ist noch nicht hoch genug. Da müssen wir bestimmt später noch nachkeulen. Eek! No! Kein Wunder, das Rücken... Ja, 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 okay. Das kennen wir alles schon. Hier sind noch alte Kleider, Kleiderständer. Können wir Stoff mitnehmen vielleicht? Cindy ist es für die Dressen. Ich lasse sie dort. Ach so, aber die Dinger nicht. Ja klar. Mhm, alles klar. Natürlich. Entschuldige bitte. Wie konnte ich jemals... So, Tür, Taubenturm zum Lagerraum. Ja, okay, zum Fenster. Ich probier mal was. Das wird nicht klappen, aber... Ja, mal schauen. Guck mal hier. Ja, okay. Das hier geht nicht auf den Schuh. Nein. Nein, ich bin... Na gut. Ähm... Da brauchst du vielleicht Butter? Ich rede mal nochmal mit ihr. Ähm... Hm. Shouldn't you be at the wedding? Oh. Ähm... What? What do you want? Well, I was just wondering... Maybe I can help because... It's not... Ah! It's no one. Why? Did someone say I stole it? Did the Swan Prince ask about it? Oh, äh... No, sorry. Ah. Hey, Kyokyuya! Der Schwanenprinz. Das hat nicht so gut funktioniert, ne? So, hier fliegt überall Kappes rum. Creme. The label says Creme, but... That's not the Creme I'm used to. Is she putting it on food? I don't think I would put this Creme on my food. Food. Da stand Food. Äh, es wurde gesagt Food. Da stand aber Gesicht. Hier Pulver. She's really made a mess of this stuff. It's everywhere. Okay. Wir kommen aber nicht dran, ne? No, I don't even know what it is. It looks like the stuff Grandpa uses to make bread. Does she put baking ingredients on her face? I don't get it. Naja, vielleicht ist es dann sehr schön. Creme? Nah. I think that Creme has gone off or something. It doesn't look right. Hmm. Da ist nur noch Mädchenkram. Die Klamotten. Das Bett, die Schublade, die Blumen. Oh, die Blumen. Das können wir nicht mitnehmen, ne? Warte einen Moment. Awww. Diese sind nicht gut. Sie sind fake. Ah. Ich wüsste, dass der Butler mich mit einem Plastik durchlaufen würde. Scheiße. Wieso dürfen wir hier rumlaufen auf einmal? Das verstehe ich noch nicht ganz. Das dooften wir vorher nicht. Kleidung. Hm, nein. None dieser sind wirklich wettbewerblich. Ja, das Kleid hier aber auch nicht, ehrlich gesagt. Naja. Beim Bett vielleicht mal gucken. Das ist nicht schlafen. Achso, warte. Das ist nicht schlafen. Es ist eine Schlafenzeit. Ich muss, ich muss mir wieder angewöhnen, alle aussprechen zu lassen. Ich klick's weg, sobald ich's gelesen habe. Ähm, nicht so gut. Das... Das... Das kennen wir schon. Schubladen öffnen. Geht nicht. Nein. Es scheint nicht zu sein, was ich von dort benötige. Äh. Wir haben tausend Sachen, aber sie will einfach nichts. Sie nimmt einfach nichts. Ist alles unnutz. Ist das der Schwanprinz hier? Ne, ne? Ja, okay. Ja, dann äh. Pfff. Also, wir haben zwei, drei Sachen. Äh. Na. Schade. Not much to do.